ja freunde herzlich willkommen zu einer weiteren folge von iron arms bonn jetzt mit teil 2 aus wolfsburg over the top viel spaß dabei und danach geht es wieder weiter mit trainingsvideos bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020